Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es was richtig cooles, aufregendes, neues, denn es gibt ein Update zu Lightroom und ich möchte dir hier die neuen richtig coolen Features vorstellen. Eins davon ist besonders cool, das hast du vielleicht schon in der Videobeschreibung gesehen und darum soll es heute gehen, um die neuen Profile. Viel Spaß! Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt aufnehme, es ist jetzt Dienstagabend und das Video kommt ja Mittwoch raus, also gestern quasi, hat Adobe ein neues Download-Paket zur Verfügung gestellt mit Updates zu Lightroom, Photoshop und so weiter. Und es gibt ein paar richtig coole Neuigkeiten, gerade in Lightroom. Und die wollte ich dir in diesem Video einfach mal so ein bisschen näher bringen. Lass uns einfach mal direkt anfangen. Es gibt eine Neuerung, die bringe ich jetzt gleich zum Schluss natürlich. Und darüber möchte ich ein bisschen mehr erzählen. Und ich glaube, die wird das Bild bearbeiten so insgesamt so ein bisschen verändern. Also das klingt jetzt alles sehr hochgegriffen, aber ich glaube wirklich, dass man da so den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat bei Adobe. Und ich bin mal gespannt, wie das so in Zukunft angenommen wird von euch, von den ganzen Bildbearbeitern und wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Okay, lasst uns mal direkt anfangen hier mit den Neuerungen. Die erste Neuerung, die ganz cool ist und sofort auffällt, wenn ich jetzt hier in die Grundeinstellung reingehe, Dunst entfernen. Dieser Regler ist jetzt hier mit nach oben gewandert. Das bedeutet, man muss nicht immer ganz nach unten scrollen, sondern dieser Dunst entfernen-Regler, der war ja vorher in dieser Effektepalette drin. Im Endeffekt war es eigentlich kein Effekt, sondern es war eigentlich eine Grundeinstellung, die man gemacht hat. Man hat ein bisschen Kontrast, ein bisschen Sättigung reingebracht mit diesem Regler. Von daher gehört er definitiv in die Grundeinstellung rein. Und da ist er jetzt auch gelandet. Und von daher ist das eine richtig schöne Sache, die das Ganze so ein bisschen erleichtert. Die zweite Neuerung ist, die Gradationskurve ist jetzt wesentlich größer geworden und damit hat man eine bessere Bearbeitung. Man hat einfach mehr Kontrolle bei der Bearbeitung. Dadurch, dass das jetzt größer geworden ist, hat man hier mehr Spielraum, wo man bearbeiten kann. Und das ist eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Und damit hat Adobe auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. So, die dritte Sache. Wenn wir uns Presets hier angucken, ich blende das jetzt hier einfach mal hier drüben mal ein, auf der linken Seite. Man hat hier so Presets, die man verwenden kann. Je nachdem, ob du Presets überhaupt verwendest oder nicht, ist das jetzt mehr oder weniger interessant. Wenn du Presets verwendest, dann war es bisher immer so, dass wenn man hier über diese Presets gegangen ist, dass man hier oben in dieser kleinen Vorschau an dem Navigator quasi nur gesehen hat, wie dieses Preset dann im Endeffekt aussieht, wenn man es anwendet. Und das hat Adobe jetzt geändert. Lightroom zeigt jetzt auch hier in der großen Bildansicht, also in dem richtigen Foto quasi, direkt an, wie das Preset aussehen wird, obwohl man hier nicht draufklickt. Also es geht jetzt hier wirklich nur darum, dass ich die Maus hier drüber fahre. Und es gibt trotzdem schon entsprechend die Vorschau, was sehr, sehr schön ist. Denn man muss nicht dieses Preset jetzt anwenden, sondern man kann das direkt im Vorfeld sehen. Also man muss nicht immer vor und zurück gehen, sondern man hat es direkt als Vorschau hier drin, was eine sehr schöne Sache ist. Und das Ganze wesentlich erleichtert. Und wenn wir jetzt beim Thema Preset sind, dann geht es eigentlich so auch schon so ein bisschen in die Richtung, wo ich jetzt eigentlich mit dem Video hin möchte. Nämlich zu der größten Neuerung und das sind die Profile. Wenn du schon mal mit Profilen gearbeitet hast, die waren normalerweise hier ganz unten in der Kalibrierungspalette drin. Ja, die sind jetzt hier weg. Also hier steht jetzt nicht mehr Profile. Man konnte ja immer so verschiedene Profile einbetten, wenn man mit RAW-Dateien gearbeitet hat. Wenn man JPEG-Dateien hat, dann ist dieses Profil schon eingebettet und man konnte es nicht mehr verändern. Aber wenn man mit RAW-Dateien arbeitet, dann hat man verschiedene Profile, die man auswählen konnte. Und diese Profile sind jetzt hier nach oben in die Grundeinstellungspalette gewandert. Und du siehst jetzt hier Adobe Standard. Das ist ja immer so das, was normalerweise drin war. Und jetzt hat man hier auch ganz altbekannt, zum Beispiel Adobe Landschaft oder auch Adobe Kräftig und so weiter. Also hier verändert dieses Bild dann so ein bisschen das Aussehen. Das heißt, die RAW-Datei wird halt einfach ein bisschen anders interpretiert. Soweit, so gut. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Was jetzt neu dazu gekommen ist, wenn ich jetzt hier mal auf diese Ansicht hier, auf diese Vierecke klicke, dann kommt man hier in den sogenannten Profilbrowser ein. Und da haben wir jetzt hier die Möglichkeit, uns das in verschiedenen Mustern anzeigen zu lassen. Also ich bin jetzt hier im Moment auf Raster. Man kann jetzt hier auch auf Groß gehen. Dann sieht man diese Vorschaubilder halt ganz groß. oder man kann auch auf Liste klicken und dann sieht man die hier einfach so als Liste. Ich persönlich finde Raster eigentlich ganz schön, weil man jetzt hier so eine kleine Voreinstellung oder so eine kleine Vorschau einfach sieht, wie diese Profile dann im Endeffekt aussehen. Jetzt haben wir hier Adobe Farbe, Adobe Kräftig, Adobe Landschaft. Das sind so ungefähr die Profile, wie man sie eigentlich auch so von früher kennt. Adobe Monochrom. Das Tolle ist jetzt aber, es gibt jetzt nicht nur diese Standard-Adobe-Raw-Profile und es gibt jetzt auch nicht nur die Kameraanpassungsprofile. Das sind dann die Profile, die die verschiedenen Kamerahersteller noch mitbringen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Nikon fotografiere, dann habe ich andere Profile da drin, als wenn du mit Canon oder Sony oder was auch immer fotografierst. Das bringen die Kamerahersteller mit. Aber was jetzt auch noch ganz neu ist, wir haben jetzt hier zum Beispiel künstlerische Profile drin oder moderne Profile. Also künstlerische Profile mache ich jetzt hier einfach mal auf. Und wenn ich jetzt hier rüberfahre mit der Maus, dann ist genau das Gleiche auch wieder. Man sieht hier sofort eine Vorschau auch auf dem großen Bild und muss diese Profile hier nicht anwenden. Also du siehst jetzt hier, haben wir einfach verschiedene Profile, die auch so ein bisschen künstlerisch halt wirken, wie der Name schon sagt. Die kann ich einmal hier anwenden. Ich kann aber auch auf modern zum Beispiel gehen und dann haben wir auch hier wieder verschiedene Profile, die hier angewendet werden können, die entsprechend dann auch deinem Bild so einen ganz anderen Look verpassen. Jetzt fragst du dich aber wahrscheinlich trotzdem noch, naja, wo ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied zu den Presets, wie wir sie bisher verwendet haben? Und das möchte ich dir zeigen. Presets waren ja immer so, wenn du ein Preset angewählt hast, dann hat das die entsprechenden Regler hier unten immer verschoben. Ich mache das hier nochmal kurz zu und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Headshots Preset anwende, so wie ich es jetzt hier habe, dann siehst du, wie sich jetzt hier die Regler verschoben haben. Das bedeutet, ein Preset verschiebt die Regler. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild irgendwie bearbeitet habe, also zum Beispiel schon die Helligkeiten und so weiter eingestellt habe und dann ein Preset anwende, kann es passieren, dass diese ganzen Einstellungen, die ich da getroffen habe, von diesem Preset wieder überschrieben werden. Und das wollen wir ja nicht, beziehungsweise das war immer so der Traum, dass man das nicht möchte. Und mit diesen Profilen hat Adobe jetzt was erreicht, was genau das verwirklicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier ein Profil anwende, zum Beispiel das moderne Profil hier, modern, nehmen wir jetzt mal modern 3. Wenn ich das jetzt hier anwende, dann habe ich erstens hier oben einen Regler, einen Stärkeregler. Das heißt, ich kann jetzt dieses Profil entsprechend anwenden mit 50 Prozent, mit 100 Prozent und sogar bis zu 200 Prozent. Also das kann ich jetzt hier erstmal in der Stärke verstellen. Das ist schon mal die erste coole Sache. Das werde ich jetzt hier einfach mal auf so ungefähr 60 stellen und dann auf Schließen hier klicken. Und die zweite coole Sache ist, die Regler werden davon überhaupt nicht betroffen. Das bedeutet, man kann sich das so vorstellen, dieses Profil wird auf eine extra Ebene gelegt und man kann die Deckkraft verstellen. Und man kann danach trotzdem die Regler noch verstellen, wie man möchte, beziehungsweise wenn man sie vorher verstellt hat, werden sie davon nicht mehr angefasst. Und das ist eine richtig coole Sache und da kann man extrem viele neue Möglichkeiten mit ausschöpfen. Das ganz tolle ist jetzt, dass es jetzt nicht nur hier diese vorgegebenen Profile gibt, die Adobe jetzt hier standardmäßig drin hat, sondern Adobe hat jetzt auch erstmal mit ein paar ausgewählten Künstlern zusammengearbeitet, die selber nochmal Profile erstellt haben, die man sich kaufen kann und dann jetzt hier auch installieren kann. Ich hoffe aber, ich habe jetzt da schon ein bisschen nach gegoogelt, ich habe bisher nichts gefunden bis zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Ich hoffe aber, dass es in Zukunft so sein wird, dass man auch selber wirklich solche Profile erstellen kann, die man dann auch importieren kann. Da gibt es Möglichkeiten, dass man zum Beispiel auch mit Photoshop zusammenarbeitet und LUTs zum Beispiel erstellt, die man dann hier importieren kann und dann entsprechend in der Stärke hier noch einstellen kann. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man auch zum Beispiel mit Einstellungsebenen aus Photoshop dann arbeiten kann, mit Mischmethoden und so weiter und so fort. Also da sind dann wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Das ist im Moment noch so ein bisschen in der Anfangsphase. Es gibt, wie gesagt, schon verschiedene Profile, die man kaufen kann. Die solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, aber ich warte noch auf den Tag, wo man die dann wirklich selber auch erstellen kann und selber einfügen kann. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden. Ich hoffe aber, dass es in Zukunft da diese Möglichkeiten auch geben wird und sobald ich weiß, wie das funktioniert, werde ich dazu auch nochmal ein extra Video machen. Eine weitere tolle Sache ist, die man jetzt hier noch hat, dass diese Presets, die man jetzt hier in Lightroom erstellt hat, inzwischen auch mit Camera Raw zum Beispiel funktionieren. Also die sind jetzt in einem anderen Ordner drin und die arbeiten übergreifend, programmübergreifend. Das heißt, wenn ich jetzt ein Preset in Lightroom erstelle, dann kann ich das auch in Camera Raw in Photoshop dann quasi anwenden. Also das waren einfach mal ganz viele neue Features, die jetzt hier in Lightroom gekommen sind, auch nur ganz kurz mal erklärt. Ich hoffe, wie gesagt, dass man mit diesen Profilen dann in Zukunft auch noch selber welche erstellen kann und da wird es auf jeden Fall weitere Videos zu geben. Aber für mich ist das auf jeden Fall eine richtig coole Sache, weil ich jetzt wie gesagt quasi Presets, jetzt Profile, anwenden kann, ohne dass diese ganzen Regler in Lightroom dann nochmal verschoben werden. Und das ist eine richtig coole Sache und ich hoffe, dass das in Zukunft noch weiterentwickelt wird. Und ich würde gerne mal eure Meinung dazu unten in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze findet. Also schreibt es immer mal unten in die Kommentare und ich freue mich da auf einen regen Austausch mit euch. Wenn dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen hast, einfach unten in den Kommentaren damit oder deine Meinung auch. Und wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren.